Willkommen zusammen zu einer neuen Folge vom LS17 Platinomethon zusammen mit dem Tom von Simutube. Hallo YouTube und Internet und ja, mit dabei Nordrhein... Warte mal, heißt es eigentlich... Frage ich mich die ganze Zeit schon, ich habe es mich nicht genau angeschaut. Hat es jetzt Nordrhein Play TV oder Nordrhein TV Play? Nordrhein TV Play, so. Jetzt muss ich es selbst kurz überlegen, aber ja, natürlich. Ja, wir haben viel Spaß zusammen und sind hier halt noch am erkunden, wie wir das Ganze jetzt machen. Ich werde jetzt hier gleich mal bei den Kühen noch was einstreuen, die wir noch nicht haben, aber dann sind die dann im Notfall schon mal versorgt und verkaufen den Rest erstmal, damit wir möglichst schnell geht zusammenbekommen für das nächste Feld. So sieht es aus. So, sind wir auch voll. Aber das ist wirklich eine Qual mit diesem kleinen Anhänger. Wie viel haben wir jetzt bekommen? Äh, wir haben 54.000 stehen wir jetzt. Ah, ok, ja gut. Dann können wir also, wenn du gleich einen Grundanhänger hast, dann äh... Weiß ich wo, ein Drehschimmel oder was hättest du gerne? Muss ich mal gucken, was es alles gibt hier. Drehschimmel nimmt 21.000 Liter und der auch 91.000. Ey, ich bin, ich bin ja nicht so ein Freund vom Drehschimmel, ne, muss ich sagen. Ja, das ist schon immer... Es ist schon immer ein bisschen schwierig damit rumzufahren. Ähm, deswegen wäre ich eher für den Akkuliner TKD und nicht HKD. Also quasi die gleiche Ausführung, nur als Nichtdrehschimmel. Ah, ähm, im Angebot ist ja nix, ne? Ne. Also Kipper, Akkuliner... Ja, wahrscheinlich von der Preis-Leistung ist aktuell erstmal das Beste für uns, ne? Ähm... Ich meine, wir können ja dafür den alten Anhänger jetzt auch verkaufen, ne? Genau. Wollen wir davon gleich zwei nehmen? Macht das Sinn? Die kann man ja auch hintereinander koppeln, oder? Sehe ich das falsch? Oh ne, die glaube ich nicht. Das geht nur mit Drehschimmeln. Oder... Also wenn wir die hintereinander koppeln wollen, dann Drehschimmel. Ein Drehschimmel wäre für den Verkauf nicht schlecht, oder? Muss man nicht so viel hin und her gucken. Ja, dann lass uns Drehschimmel nehmen. Dann nehmen wir zwei. Also 30... Also man kann beide koppeln, das geht. Und man muss nur vorne... Muss dann der Nichtdrehschimmel sein und hinten dann der Drehschimmel. Ah, okay. Ja, dann können wir es auch so machen. Gut, dann. Wunschfarbe zur Karte. Ist das hier Standardrot, das meiste? Oder ist... Grün? Gibt's gar nicht. Hier... Orange ist gerade der Kipper, den wir hier gerade haben. Ich weiß nicht, ob es das gibt. Nee, ich kann dir nur... In grün. In grün. In dunkelgrün weiß oder aber so ein bräunliches Ding, wie die meisten Zuckerrohrdinger und so, glaube ich, sind. Das wird vielleicht besser zur Karte passen, dann ist das nicht ganz so heimisch, ne? Ja, dann machen wir das mal. Gibt mir nach weniger Fremde aus. Obwohl es vermutlich ziemlich schlimm aussieht. So. Ähm. Kostet 100 Euro Aufpreis, aber das kriegen wir wieder rein. Alter, das ist ja aus der Portokasse wird das ja gesagt. Alter. So. Ähm. Warst du denn schon mal eigentlich in Brasilien oder... Also hast du ja mal Urlaub gemacht oder so? Ähm. Nee, da bin ich noch nicht. Nö. Du schon? Nee, nee. Ich auch nicht. Aber wäre... Sicherlich mal... Sicherlich interessant, ne? Ähm. Ja. Wobei... Es sind halt andere klimatische... Wie ist das da? Ist das da eigentlich ruhig aktuell? Weiß ich nicht. Ich glaube, das kommt sehr auf die Region an, ne? Also... Ich glaube, dass... Also... Ich glaube, die Polizeigewalt und so sind da immer so Themen. Und das Land hat wohl auch relativ große Probleme. Aber es gilt ja als Schwellenland, wo die Industrie ganz stark ist und auch immer stärker wird. Und viele Unternehmen ziehen ja ihre Produktionsstandorte aus den USA ab und verlagern die nach Brasilien zum Beispiel, um da halt günstiger produzieren zu können. Dadurch wächst die Wirtschaft da schon ziemlich stark, glaube ich. Also das ist auch... Und das ist übrigens auch ein ganz populäres Simulationsland. Also ganz viele Spieler von Simulationen kommen aus Brasilien. Okay. Denkt man so nicht, aber das ist... Genauso wie die Türkei. Glaubt man ja auch nicht, aber das ist auch ein großer Abnehmer von Simulationen. Nee, das hat die Sonne gesagt. Was mich jetzt gerade wundert, oder was ich mich gerade frage, wo, wenn das hier unsere Kuh-Geschichte ist... Ne, das sind ja keine... Das sind ja Rinder, ne? Also... Ja gut, das ist auch eine Kuh. Aber... Das sind ja schon andere Tiere, ne? Hier. Das fällt mir gerne ein. Ja, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Doch, das siehst du. Die sehen anders aus. Da freue ich mich schon drauf. Okay. Aber ich frage mich gerade... Ich weiß nicht, wo ich hier mein Stolos werden soll. Weil es gibt ja keinen Stall. Die sind ja nicht im Stall. Die rennen ja nur draußen rum. Aber ich fahre einfach mal die ganzen Tringer ab hier. Aber das ist ja eigentlich Futter. Vielleicht brauchen die auch gar nichts. Aber ich gucke einfach mal in die... bei den Tieren rein. Hier ist er. Ja. Das ist ja... Das ist ja ein Ding. Das ist gleiche eigentlich. Dann brauchen die eigentlich... keinen Stroh. Aber Stroh steht eigentlich... dabei. Dann. Hm. Aber... Vielleicht musst du näher ran fahren, oder so. An den... an den Trigger hier. Das... Gut, können wir nochmal probieren. Aber dann müsst ihr eigentlich auch dann, äh... Oder kommt bei Stroh kein Abkippsymbol, doch. Ist... Ist... Du... Du siehst das oben, ähm... In der F1-Dings da... Ja. Da kommt immer I dann. Ja. Kommt das? Ähm... Ah. I. Ah. Okay. Ja, aber, ähm... Stroh wird sie nicht angenommen. Okay. Schonmal nehmen. Okay, dann ist es vielleicht hier. Dann doch. Einmal mit Profens. So. Nein. Ah, nicht? Dann bleibt nur noch... Dieser Trigger hier. Da hab ich eh schon gefragt, was das ist. Ah. Ach, wie bei den Schweinen jetzt quasi. Dann einfach... Da bleiben die... Wahrscheinlich, wenn das Wetter hier so gut ist, brauchen die keinen Stall. So die Theorie. Hm. Könnte gut sein. Wenn du kurz vorbeikommen würdest, dann könnten wir den Anhänger direkt zu Geld machen. Kann ich leider nicht machen. Ähm, ja. So. Okay. Ach, sieht doch ganz gut aus hier und den... Dingern. Aber es fehlt mir irgendwie die Sonne hier. Also man sieht, dass Sonne da ist. Ja. Aber die müsste mehr knallen, so ne? Ja. Nix da. Mal gucken, wie die Nacht ist vor allen Dingen. Mit der Beleuchtung bin ich mal gespannt, weil im Haus sind sehr viele Kämpfer. Im Herzen, ob da irgendwie was gemacht wird. Oh, okay. Oh, okay. Bis wir die erste Nacht erleben, vergeht glaube ich ein bisschen Zeit. Hinten musst du der Drehschimmel sein, hast du gesagt, ne? Das war's nicht. Doch. Doch, doch. Das hat irgendwas mit den Achsen zu tun, haben mir die Fachleute erklärt. Ah, okay. Ähm. Weißt du, wie das ist? Man wird ja noch gleich beschimpft. Das ist nicht wichtig, ne? Ja. Und... Aber ist gut, dass du das machst, weil dann... Ne? Aha. So zählt ja einwandfrei. Toll. Super. Ja. So den, äh... Achso, der Stroh sollte ja noch weg. Aber mit zwei Hängern kämpft unser Traktor hier. Gut, gut, dass da noch nichts drin ist, ne? Ja. Oh wei. So, wo haben wir den guten Strohpreis oder wo gibt's den überhaupt? Ähm... Ja, das frag ich mich halt auch, ob's so eine Verkaufsstelle gibt, wo wir das loswerden können. Nö. Ne! Also... Ich guck jetzt grad... Aber das ist doch einfach nur das Ballen-Symbol, ne? Und ähm... Nö. Gibt's nicht. Oh Gott. Schade. Was haben wir mit dem ganzen Zeug machen? Ja, dann kippen wir's auf dem Hof ab. Genau. Irgendwie in der Halle oder so. Ähm... Richtig. Und... Ich sammle aber dann nicht weiter an den Gruppen. War das unter oder was wollen wir mit dem ganzen Zeug machen? Ja, ne. Äh... Gibt das irgendwo in der Halle und dann den Rest brauchen wir dann nicht. Äh... So lange wir keine Kühe haben und dann können wir den Kram da, den Nadowagen tatsächlich auch schon wieder zurückgeben. Ja, es ist schon interessant, ähm, dann mit solchen Aspekten zum Beispiel, dass dann doch die Spielweise ein bisschen anders ist, ne? Ja. Wobei ich weiß auch nicht, ob das auf der Standard-Map... Ach doch, da kann man... ...Druh verkaufen. Stimmt. Doch, doch. Ja. Für Goldcrest Medi ging's. Ja, dann nehmen wir mal wieder ein bisschen was mit und... ...versuchen die Lager leer zu räumen. So, das ist ein guter Platz. Voila. Oh, wir haben ja hier sogar noch... ...Pieft Mikes. Ja, ich stehe noch ein bisschen was. Ja. Wo ist denn unser Video nochmal? Ich hab noch ein bisschen Orientierungsprobleme hier auf unserer Karte. Ja, das gibt mir auch noch so. Ah, hier vorne. Da ist man immer so ein bisschen der Blindfisch und dann steht in den Kommentaren immer, Mensch Ansgar, mach die Augen auf. Wie kann man ja nicht zuschauen. Ja, aber es ist... Das glaubt dann jemand keiner. Es ist wirklich, wenn man... Ja. Wenn man aber spielt, ist es wirklich so... Also wenn du aufnimmst und moderierst und spielst, ähm... ...ohle gut mal einen Sonnenblumen. Sonnenblumen brauchen wir im Moment auch nicht, dann nehmen wir die auch mal mit. Jo. Ich wär schon sehr interessiert, wie können wir dann schnell zu den Kühen kommen? Hm... Ja, wir können uns im Prinzip relativ flott welche kaufen. Wir haben ja ein paar Sachen... Also was brauchen die denn alles? Also Gras? Wir müssen halt ein Mähwerk haben. Ich glaub, wir haben keins, ne? Ja. Ah, dann brauchen wir den Ladewagen doch noch, ne? Ach Mist. Ja. Aber ich mein, das könnten wir jetzt sofort machen. Wir könnten uns ja auch noch ein Mähwerk dazu mieten. Wo der Eger da ist, ne? Oder vielleicht könnten wir uns das sogar kaufen. Und dann hätten wir schon mal ein bisschen Gras. Damit könnten wir schon mal anfangen. Äh. Dann sind die halt erstmal ein bisschen sparsamer versorgt. Aber dem Ding geht's ja gut. Ist ja natürlich nur bestes Gras. So ein Mähwerk. Natürlich nur bestes Gras. Äh... Haben wir noch einen Traktor eigentlich übrig irgendwie auf dem Hof? Der Case müsste noch irgendwo rumstehen. Der Case müsste eigentlich gerade noch... Au! Was ist mit ihm passiert? Der hat keine... Was? Der muss befüllt werden. Ui. Achso, ist der gar nicht mehr am... Äh... Der ackert nicht mehr. Da musst du mal ähm... Ähm... Das äh... Ding ist... Ach, sieh bei mir. Deine Frontlader-Konsole. Und das... Muss ich mir natürlich auch mal angucken. Wie das Ganze funktioniert. Sonst ähm... Ähm... Ne, ich dachte wir könnten das direkt hier aufladen am Hof. Wenn wir dran fahren an die Big Packs. Oder möchtest du das direkt auf... also möchtest du das ganz realistisch aufladen? Ich würd's gehen mal sehen wie es aussieht, weißt du? Aber... Ja, dann... Ähm... Dann braucht man eine Frontlader-Konsole tatsächlich. Ist der kleine Traktor? Wo ist denn der? Ah, der ist noch... Der ist jetzt... Ein bisschen außerhalb. Achso, ne. Der steht auf dem Hof. Die Orientierung... Achso. Okay. Ich dachte, ich hätte den schon auf den Weg zum Händler gebracht, aber... So... Warte mal... Ja... Achso, du hast hinten was drin. Die Sammlung. Ja. Und Traps. Der macht das immer ab. Oh man, das ist schon viel zu tun, ne. Also es ist jetzt nicht so mit einem Fingerschnitten hier... Ja. Aber dieser kleine ist jetzt echt toll. Also, ne. Auch mit diesem einen Spiegel nur, ne. Das hat irgendwas. Und gerade den mit Frontlader arbeiten, das macht, glaube ich, wirklich Spaß. Ähm... Kannst du den Case kurz zur Seite fahren, dann kann ich da die Frontlader... Dann können wir's ja draußen machen, weil ein bisschen mehr Licht und treffen wir uns vielleicht... vor den Rädern, ne. Auch sehr interessant mit diesen... Rädern, was das zwei dann... so eine Seemaschine da hat, ne. Ja. Wenn wir das Ganze nicht fortgelegt. So, die Frage ist... Ja, passest du? Doch, die Rätengabel ist auch da. Ja, hier ein schöner Strohberg... entstanden. Ja. Sieht auch gut aus, außer mir dürfte es auch nicht sein, weil es... ganz komisch aus, glaube ich. Die ist zum Beispiel ne riesen Wiese, die können wir... das gehört noch zum Hof mit... hier vorne direkt... können wir direkt... ernten. Oh, cool. Wenn du, ähm, kurz im Shop schon mal ne... ein Mähwerk kaufen würdest, dann würde ich das direkt mal abholen. Schon mal abholen. Ähm... Dann ist der unter Mähwerk, ey. Was nehmen wir denn... Was hättest du denn gerne? Was... Kleines? Aber ganz so klein soll es auch nicht sein, ne? Ähm... Also es soll effektiv, aber nicht zu teuer sein. Es ist halt immer so... Es beißt sich so ein bisschen, ne? Äh... Ja, bleibt eigentlich nur das Ding für 17.000, das hat ja... 4 Meter... Also wir haben jetzt bewusst, ähm... die anderen DLCs nicht mit reingenommen, ne? Weil wir gesagt haben, wir waren nur... hier... Du kannst auch... Nimm doch das, diesen... Äh... Dieses von Pöttinger... Novocat... Mhm... B11.000... Dann machen wir das vorne dran... Und dann machen wir hinten den Ladewagen direkt dran... Und dann sind wir... Hier reicht ja aus. Ja, hast du recht. Ja, stimmt. Gut. Das war gut und Effekt... Ach, dann nehme ich den Ladewagen direkt mit... Dann bieten wir den Lade... Und dann... Zurücksetzen dürfen wir ja nicht, ne? Bitte? Das zurücksetzen dürfen wir ja nicht, ist ja verpönt, ne? Ich mach's tatsächlich nie, zurücksetzen. Nee, das ist ja... Aber... Ich hab mir da auch noch nicht Gedanken drum gemacht... Ob das jetzt schwierig oder nicht ist, also ob das verpönt ist oder nicht. Dann hast du das manchmal gemacht und dann kamen Kommentare... Mensch, ich bin enttäuscht, guck jetzt bei jemand anderem... Ich mach's nur so, wirklich mit manchen kleinen Sachen, ne? Wo ich dann so ne Gabel oder so, wo ich dann sage, so, die wird zum Hof geliefert, ne? Weil man ist ja auch guter Kunde beim... Ja, das stimmt. Und... Denkt man sich immer das Geschichtchen aus. Genau. Ich weiß nicht, ob du deinen Zuschauern auch gerade zeigen willst, wie das Ding beladen wird. Ja. Wie das vielleicht da rauskriegt, wenn sieht das irgendwie anders aus oder so? Ich bin mal rübergedüst. Bin mal gespannt. Ich find diesen Zaunfunksbetraktor interessant, aber ich merk... Hast du denn da... Ich müsste da... Ist das... Ist das für ne Kiste? Das ist das Zeug, oder nicht? Guck mal rein. Ah, okay. Ich dachte, wir würden das ganz normal mit Big Packs hier befüllen. Nee, nee, nee. Das ist ja mega. Ja. Bin ich jetzt auch mal gespannt. Gut, du musst auf jeden Fall von... Oh, äh... Oh, äh... Okay. So, bevor... Balanceprobleme hier. Äh... Ich glaub, du hast vorne auch noch das Gewicht dran, ne? Mach das doch mal hinten. Wir haben das überhaupt abmachen. Achso, jetzt weiß ich nicht. Achso, nee, ich kann die gar nicht wirklich jetzt von... Ähm... Ne, in der Tat, das Gewicht ist fest dran. Das ist natürlich gerade ein bisschen... Aber hier vorne liegt ein Gewicht an, ich das meine. Sonst... Gekippt. Arbeitsunfall. Schreien alle wieder die Moni. Schreien alle wieder die Moni. Genau. Schreien alle wieder die Moni. Schreien alle wieder die Moni an. De-Abo, Dislike. Alles da. Verdammt. Haltet durch. Du willst ja auch mal in die Halle von innen zeigen. Das ist übrigens auch so ein Arbeitsraum. Hast du den schon mal gesehen? Hier auch drüben. Mit Wechselkisten, Regalen. Ja, ja. Das sind mir eben auch eigentlich geschehen. Ähm... Ich bin ja ein bisschen schade, dass Giants immer noch nicht dieses IC-Control drin hat. Ne, gerade hier würde ja niemand, niemand, kann ich mir eigentlich überhaupt nicht vorstellen, dass jemand mit geschlossenen Fenstern hier in so einem Case fährt. Alle würden das aufmachen, würden die Tür offen lassen oder so, damit ein bisschen Frischluft dran kommt. Aber immerhin haben wir ja schon Türen, die aufgehen bei dem Haus, das ist ja auch schon... Ja. Ist ein Anfang, aber da geht noch mehr. Wahrscheinlich die Vorankündigungen für die Traktoren in LS19. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, der LS19 wird wesentlich innovationsärmer, als man sich das so wünscht. Aber das ist nur eine Prognose vielleicht. So, warte, jetzt habe ich die vorhin so schön... Aber naja, so geht es auch. Ah, ist schon besser jetzt hier mit dem Gewicht, aber es schwankt immer noch. Ja, es ist... Beträchtlich. Ich bin hier nur am Kämpfen mit dem Rückkehr. Das fällt mir verdammt schwer ohne Drive-Control. So. Okay, dann schauen wir mal. Schade. Wollte ich jetzt da reinschmeißen? Nachher geht das gar nicht und dann... Aber das ist doch das richtige Zeug. Da stand vorhin zumindest dran, dass es da rein muss. Soll ich das jetzt mal so... Das wäre jetzt schade... Echt die Frage, also... Äh... Gehen wir es mal wieder raus? Äh... Es geht nichts aus. Es geht ja hier. Okay. Dann... Dann kann es nur sein... Ähm... Steig doch mal ein und drück mal das... ...tolle Erdhaus zu. Geht nichts. Vielleicht musst du erst absitzen. Okay. Was? Was ein bisschen schade ist. Er hat sich total verhakt. Ähm... Ich fahr mal seitlich an die... Ähm... Ah ja. Ah ja. Ist auch schade. Aber die Kiste wird immerhin... Also behält man die Kiste. Die will man dann später... Oh nee, schade. Die Kiste ist weg. Fält gedacht. Und wir... Wie können die... Was nur interessant ist... Ähm... Ja... Gut, die Kisten kannst du glaube ich erstellen mit dem einen Förderband. Aber ich kenne ja auch... Mit welchem Förderband? Es gibt einen Förderband mit dem kannst du Kisten machen. Wusste ich bis vor kurzem ehrlich gesagt auch nicht. Äh... Mit dem Original von Giants kannst du äh... Kisten herstellen. Also... Ah, okay. Kartoffeln und... Äh... Rüben ging das. Und ich denke mal hier wird es dann genauso sein... Dass man dann so wie es jetzt äh... aussieht dann... Er steht wird. Sollten wir nochmal testen. So... Ja, das ist... Also... Aber erst wenn wir dann tatsächlich die Ernte haben... Der entsprechenden... Der entsprechenden Zuckerrohrs. Ja... Wir müssen nur aus den 1000... Euro... So... Jetzt kannst du mal versuchen. Ja... Schade, dass man das da nicht reinkippen muss. Ja... 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 Um das zu beschleunigen kannst du vielleicht einfach hier hinten reinfahren. Ja... Das mache ich aber... Ich glaube das äh... Sparen wir uns für die nächste Folge auf. Denn wir sind schon wieder... Dicke drüber. Das heißt... Wie es weiter geht's? Seht ihr... In der nächsten Folge... Auf der brasilianischen Map. Ich hoffe ihr seid wieder mit dabei. Ich hoffe auch... Euch hat's gefallen. Und äh... Genau... Ich hoffe, dass wir uns dann... Auch beim nächsten Mal wieder... Sehen. Bis dahin. Tschüss. Kann ich mich nur anschließen. YouTube macht's gut. Tschau.